Hey Leute, in diesem Video geht es ums Thema Homeoffice. Ich zeige dir, wie ich im Homeoffice arbeite, sowohl ein paar Tricks, Tipps und Tricks, wie ich alleine arbeite, aber auch wie ich effektiv im Team zusammenarbeite. Wir sind ja aktuell gerade mit Corona an einem Punkt, wo eigentlich die allermeisten Menschen umswitchen auf Homeoffice und viele haben damit echt ein Problem und sehen sich da mit einigen Herausforderungen konfrontiert. Ich und wir bei Mein Mutiger Weg arbeiten schon seit über zwei Jahren, eigentlich seit Anfang an, regelmäßig online zusammen. Wir sind ein Team, was komplett deutschlandweit verteilt ist und deswegen haben wir es uns über die Monate und Jahre hinweg angewöhnt und auch relativ coole Tools entwickelt, um gut miteinander online zu arbeiten und trotzdem produktiv zu sein und einen guten Output zu liefern. Und in diesem Video möchte ich einmal sowohl auf dieses wie arbeite ich eigentlich allein bei mir zu Hause im Homeoffice und wie schaffen wir es trotzdem als Team, produktiv zusammenzuarbeiten. Erstmal, wie schaffe ich es eigentlich alleine? Gut, mir meinen Tag zu strukturieren, ordentliche Ergebnisse zu liefern und irgendwie produktiv in meinem Homeoffice zu arbeiten. Also erstmal vielleicht vor und weg, ich habe hier mein WG-Zimmer und ich habe hier meinen Schreibtisch direkt neben meinem Bett. Das heißt, ich habe schon mal die erste Herausforderung, dass ich nicht räumlich getrennt Arbeit und Wohnen habe. Das wäre sinnvoller, das zu machen. Wenn die Bibliothek offen hat, arbeite ich auch lieber in der Bibliothek, ehrlich gesagt. Aber jetzt ist es so und ich kriege das trotzdem gut hin. Ich habe das auch lange so gemacht. Was mir ganz wichtig ist, ist, dass ich morgens, wenn ich aufstehe, einerseits eine klare Routine habe. Also was mache ich, wenn ich aufgestanden bin? Zum Beispiel kurz Yoga machen, kurz zu meditieren, einen Tee zu trinken. Irgendwas, um den Tag mit mir ganz entspannt zu starten. Das zweite echt Wichtige ist für mich, dass ich eine regelmäßige Routine habe, morgens aufzustehen. Da komme ich auch gleich nochmal dazu, wenn ich über das Team spreche. Aber mir ist eine regelmäßige Aufstehzeit total wichtig. Also ich habe jeden Morgen um 8 meinen ersten Call sozusagen, wo ganz klar ist, okay, spätestens um 8 muss ich angezogen und bereit zum Arbeiten sein. Und das sorgt für eine gewisse Verbindlichkeit. Wenn du nicht im Team arbeitest, dann könnte ein cooler Ansatz sein, zum Beispiel dir einen Freund zu schnappen und zu sagen, hey, lass uns doch jeden Morgen um 8 Uhr einchecken, kurz telefonieren, 2-3 Minuten, wie geht es dir gerade, was steht heute an bei dir, was arbeitest du heute. Und dann hast du auch eine gewisse Verbindlichkeit, wirklich aufzustehen zu dem Zeitpunkt. Und gerade für Selbstständige ist das, glaube ich, eine coole Möglichkeit. Genau, was ansonsten noch wichtig für mich ist, ist klare Arbeitszeiten und klare Pausenzeiten zu haben. Also von wann bis wann arbeite ich, von wann bis wann mache ich Pause. Und das auch klar einzuhalten, weil ich erlebe das ganz oft, dass ich dann beim Mittagessen noch nebenbei ein paar Mails schreibe oder irgendwie noch arbeite und dabei eigentlich schon in meinem Kopf überhaupt nicht mehr produktiv bin und schon halb in der Pause. Deswegen das ganz klar voneinander zu trennen und sich das dann auch ernst zu nehmen, diese Zeiten. Mein Arbeitsplatz hier bei mir zu Hause ist immer strukturiert und aufgeräumt. Das brauche ich auch, um einfach in meinem Kopf auch Ordnung zu haben. Ja, Ordnung im Außenschaft, Ordnung im Innen. Und deswegen immer aufgeräumten Arbeitsplatz, wenig Zeuge rumstehen haben, vielleicht eine Tasse Tee und ein Laptop. Und das war es dann. Und was für mich auch sehr, sehr wichtig ist, ist mir schon vorab darüber klar zu sein, was sind eigentlich die Prioritäten des Tages? Was steht heute wirklich an? Was sind heute wichtige To-Dos, die ich abarbeiten will? Und dann das Wichtigste wirklich ganz zu Beginn zu packen, um es abzuarbeiten, Momentum aufzubauen und schon erste Erfolgserlebnisse zu sichern. Ich nutze dafür ein Tool, was wir auch gemeinsam mit dem Team nutzen. Das heißt Trello. Das ist relativ simpel. Da hast du verschiedene Listen mit Aufgaben, die du hin und her schieben kannst. Ja, diese Woche, heute, schon erledigt, zurückgestellt. Und das hilft einfach, eine gewisse Struktur zu behalten mit den verschiedenen Aufgaben, die man zu erledigen hat. Kann ich auch gerne nochmal separat vorstellen. Jetzt komme ich mal zum Team. Was ist in der Arbeit im Team besonders wichtig? Richtig. Also, ich habe es gerade schon gesagt, es gibt verschiedene Tools, die einfach essentiell sind, um ohne ständig telefonieren zu müssen, eine gute Zusammenarbeit ermöglichen. Das erste Tool, habe ich gerade schon gesagt, das heißt Trello. In Trello ist das Coole, dass es die Möglichkeit gibt, dein Board, also sozusagen das, wo du deine Aufgaben hin und her schiebst, mit anderen Leuten zu teilen. Und darüber haben wir dann einen guten Überblick, wer gerade an welchen Sachen arbeitet, können anderen Leuten Aufgaben reinschieben und sozusagen auch kontrollieren, ob die abgearbeitet wurden oder nicht. Das ist für die Leute im Team total cool, aber auch für uns als Führungskräfte, um zu schauen, sind die Leute vorangekommen mit ihren Aufgaben, was brauchen sie vielleicht, wo hängen sie gerade noch. Und genau, das ist für uns ein super wichtiges Tool. Das zweite Tool zur Kommunikation heißt bei uns Slack. Also das ist sozusagen ein Chat-Tool, was online funktioniert, wo man über verschiedene Channels miteinander themenbezogen sozusagen kommuniziert. Es ist sehr übersichtlich, weil es die Möglichkeit gibt, zu jeder Nachricht einen Thread zu öffnen, das heißt ein Unter-Chat, um genau zu dieser Nachricht noch sich weiter auszutauschen. Und es gibt super, super viele Drittanbieter-Plugins, die auch die Einbindung von verschiedenen anderen Tools ermöglichen, wie zum Beispiel HubSpot, Google Drive und so weiter. Dann nutzen wir natürlich auch Google Kalender und Google Drive als Dateiablagesystem, um unsere gesamte Ordnerstruktur eben virtuell zu verwalten und Dokumente parallel bearbeiten zu können. Also dafür ist Google Drive wirklich ein richtig, richtig cooles Tool. Und zur Abstimmung untereinander nutzen wir natürlich Telefonate, aber für Meetings und für, wenn wir wirklich uns länger Zeit auch nehmen füreinander, dann haben wir das Tool Zoom in unserem Portfolio. Also das nutzen wir einfach, um Videotelefonate zu führen und uns auszutauschen. Coole Funktion dabei ist auch die Funktion, seinen Bildschirm zu teilen und anderen Leuten was zu zeigen. Man kann sogar die Kontrolle über den Bildschirm eines anderen Menschen übernehmen im Team, wenn man dem was zeigen will, was er selbst zum Beispiel gerade nicht hinkriegt. Das sind sehr, sehr coole Funktionen. Was für uns sehr wichtig ist, außer praktische Tools zu nutzen, sind klare Meeting-Formate. Also es gibt bei uns verschiedene Formate, die wir regelmäßig, ja, wöchentlich, täglich, monatlich ausüben, die einfach eine gewisse Klarheit und Struktur für jeden im Team reinbringen. Unter anderem, ich habe es gerade schon vorhin am Anfang gesagt, unser 8 Uhr Morgenmeeting, wo wir kurz alle zusammenkommen, Viertelstunde, 20 Minuten. Wie geht es dir gerade? Was steht heute an bei dir? Wofür bist du dankbar? Kurz und knackig. Und es hilft einfach total enorm, in den Tag gut reinzukommen, zu starten. Das ist wie so ein, ja, Schnack am Kaffeeautomat, könnte man sagen. Wenn man jetzt kein Büro hat, dann ist das ein echt guter Ersatz, um einfach gut in den Tag zu kommen. Genau, dann haben wir natürlich noch unser wöchentliches Meeting, unser operatives Meeting, wo wir wirklich uns eine Stunde Zeit nehmen und besprechen, was ist diese Woche passiert, was sind wichtige nächste Schritte, was ist auch Feierbares passiert, ja, was wollen wir wirklich auch mal zelebrieren und wofür sind wir dankbar. Und genau, einfach so eine Teambesprechung einmal die Woche. Und dann haben wir unser Feedback Friday eingeführt. Das ist sozusagen, haben wir uns am Freitag Festzeitblöcke geblockt, wo wir uns gegenseitig Feedback geben, wo wir unsere Meetings in den verschiedenen Unterteams, die wir sozusagen haben, abhalten, wo wir einfach die Woche auch nochmal reflektieren. Jeder teilt seine Ergebnisse mit dem Team und es ist einfach ein cooler Wochenrückblick und ein Abschluss, um gemeinsam ins Wochenende zu starten. Was für uns ganz wichtig ist in der Zusammenarbeit als virtuelles Team, ist eine Rollenklarheit und eine Rollentransparenz. Wir arbeiten mit verschiedensten Rollen, die nicht unbedingt nach einzelnen Personen aufgegliedert sind, sondern eine Person kann mehrere Rollen haben und eine Rolle kann aber auch von mehreren Personen innegehalten werden. Das sorgt insofern für eine sehr agile Fluidität. Das heißt, Leute können Rollen übernehmen, wenn sie Bock haben, die zu übernehmen und da reinwachsen. Auf der anderen Seite müssen wir auch nicht eine komplette Stellenbeschreibung ändern, wenn sich ein kleiner Teil ändert, sondern dann wird dieser Teil der Rolle in eine andere Rolle gepackt. Und wir haben ein ganz klares Dokument, wo steht, wer hat welche Rolle inne und was macht diese Rolle. Und insofern kann jeder zu jedem Zeitpunkt einfach, wenn er irgendwas braucht, gucken, okay, wer ist dafür verantwortlich und was genau macht er da. Und diese Person dann ganz gezielt anschreiben und nicht, oh Gott, wer ist dafür verantwortlich, sondern ein Blick, zack, das ist total klar. Und ich sag mal, das waren jetzt alles sehr technische, strukturierte Arbeitsweisen und Tools, die wir nutzen, aber was für mich so die fundamental wichtige, ja, das Fundament letztendlich ist, von gesunder Zusammenarbeit als virtuelles Online-Team, ist eine gesunde Teamkultur zu haben. Eine gesunde Teamkultur besteht für mich aus Vertrauen, aus Ehrlichkeit, aus Menschlichkeit. Das heißt, ich will mit einem Gefühl auf einer Arbeit sein, dass ich als Mensch gesehen werde, dass ich als der Mensch gewertschätzt werde, der ich bin, mit allen meinen Höhen und Tiefen. Wenn es mir auch mal kacke geht, das klar auch aussprechen zu können. Und ich bin immer wieder total berührt, wenn wir in Meetings sitzen und die Frage kommt, wie geht es dir gerade? Und Leute teilen was, was vielleicht auch gerade eher nicht so gut läuft und wo sie vielleicht auch gerade mit zu kämpfen haben. Und das sorgt für eine Verbindung, zwischen, also im Team untereinander und in der Folge dessen auch zu einer höheren Produktivität, weil die Leute sich auch, ja, einfach mehr gewertschätzt fühlen für das, was sie machen, für die Menschen, die sie sind. Deswegen, gesunde Teamkultur aufbauen ist für mich auch das Fundament von Arbeit generell, aber vor allem auch wichtig als virtuelles Online-Team. Gut, das waren meine Punkte zum Thema, wie arbeite ich produktiv im Homeoffice, sowohl alleine als auch im Team. Wenn du noch Punkte hast, dann schreib doch gerne in den Kommentaren, wie du gerne arbeitest im Homeoffice jetzt zu Corona-Zeiten. Und ich freue mich, von dir zu lesen. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, dein Alvin. Ciao.